Nächstes Abenteuer auf Banyos. Wie es euch gehört, sind wir mit der Sonne aufgestanden. Hallo. Ich größe die Fans von BEA. Wir warten darauf, dass wir das jetzt morgen bekommen. Es ist ca. 7 Uhr am Morgen. Es ist seit einer Stunde unterwegs. Zurück vom WC und wir haben Alkohol auf dem Tisch. Am Morgen um 7 Uhr. Voll geführt, wenn man die Frau alleine lässt. Das ist das traditionell von BEA. Tschüss. Guten Morgen. Es windet. Es ist frisch. Wir sind gerade auf 3'860 Meter. Hier hinter den Wolken ist der Kotopaxi-Fulkan. Nach unserem sehr anstrengenden Hike sind wir jetzt am Coca-Tee trinken. Hallo. 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 Wir gehen jetzt auf dem Wasser-Know. Wir gehen auf dem Atem. Was ist denn der Tag? Krass. Sehr gut. Sie ist einfach gesichert. Der letzte Tag vor Bea. Mir si in baños, mir si in baños. Baños heißt bathrooms. Hallo von der Therme. Hallo von Baños in Baños. Wir sind so sexy. Hallo. Es ist warm. Schönes Wasser hier. Schön warm. Während dem die anderen im Dschungel sind. Heute haben wir wieder mal den zweiten Tag. Und wir entdecken etwas Baños. Besser gesagt Surrounding of Baños. So schön in Natur. So schön. So schön. So schön. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020